Happy Birthday to you! Herzlichen Glückwunsch an alle Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Heute ist Freitag und ich spiele Free Fire Max. Und ich würde sagen wir starten mit einer Battle Royale Runde. Wenn die nicht vorhanden ist, dann starten wir. Machen wir weiter mit einer normalen Battle Royale. Battle Royale Ranked, wenn das nicht geht. Bis dann, viel Spaß! Okay, die erste Runde geht los. Ich nehme mal nach Sachen, hier kurz der Kräuter vom Tisch. Damit ich mehr Platz habe. Battle Royale Ranked. Ja, es geht wieder! Zubi! Ähm... Erstmal runterspringen. Was hat immer noch scheißes bei dem Spiel? Da ich nur ein Monitor habe und auf den Heimbildschirm aufnehme. auf der anderen Hälfte spiele ich. Ist das nur so klein? Okay, okay. Ich darf, wenn ich eine Waffe nehme, nicht wieder wegschmeißen. Sprich, ich muss mit dieser kämpfen. Ah, nein. Eine Fahre. Da muss ich was einsammeln. Okay... Okay, wie lange dauert? Okay, wie lange dauert das? Okay, wie lange dauert das? Das war's für heute. Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, müssen wir auch. Ach so. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Dahinter. Da kauft einer was. Also es muss doch wieder ein Spiel gewesen sein. Aber eher einkaufen. Die KI kauft nicht ein. So ist eigentlich noch nie dabei erwischt. Das war's für heute. Ach, das war schnell laufen. Ich möchte das andere lieber haben. Hoi. Mensch, da wird der ja schlecht so wie ich laufe hier. Ich hab eigentlich schon wieder das nächste Geräusch für Dingens. Ach, da hinten. Da ist die Weste. Da müssen wir hin. Das war's für heute. 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 Das war's. Das war die Amerikaner, das ist mir so ein Verparer. Nur ein anderes Gewehr und... Oh, da hat was verloren, was ich brauch. Noch was? Kann doch nicht wahr sein. Schauen wir mal. Der sagt, ich brauche das hier. Nehmen wir mit, keine Ahnung, ob ich es wirklich brauche. Sieht nicht danach aus. Aber ich habe es geholt. So wie der Computer gesagt hat. Das war's. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Der sagt, ich bin nicht. Okay. Okay. Meine Güte nochmal. Noch mehr Kai hier? Drei Leute noch? Da hinten ist einer gelaufen. Oh. Ich wollte eigentlich noch mit der Pfanne einen Sieg holen, aber naja. Also ein Kill holen. Habe ich mal, bin ich mal umgangen den Sieg. Okay. Das war jetzt ein Battle Royale Ranked. Und als nächstes spielen wir CS Ranked. Also kann man sich hier noch was anschauen. Das, genau. Also dann bis gleich. Okay. CS Ranked kein gefunden. Deswegen spiele ich jetzt nur CS. Ich vermute mal, dass es bestimmt hier nur KI geht. Also. Easy going. Schau mal, bringen die sich? Nein. Alles KI. Also. Wenn ich gegen KI spiele, einfach der KI hinterherlaufen. Siegt. Was haben die gemacht? Sind die da falsch in Richtung gelaufen? Ich muss mich mal beeilen hier. Can die da? Das war das gleiche Gewehr, naja, war ja klar. Und da nehmen wir jetzt hier mal ein, ein P90. Oh, ich habe den MVP auf dem Kopf. Ah, mal schauen ob das weiterhin so bleibt. Ich vermute ja. Ich vermute ja. Und der ist so schwer. Jetzt nehmen wir sein P90. Oh, ich kann mich reparieren. Ich vermute ja. 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 Das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Obwohl, es gibt noch die Statistik. Wir müssen uns auch noch anschauen. Ich vermute ja. Da ist er. Oh, ich kann nicht liken oder folgen. Ich vermute ja. 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 Ich vermute ja.